Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis auf meinen Zweitkanal. Ich verlinke euch den unten in der Infobox. Da geht es um alles, was mit Coaching zu tun hat, weil es mir ein Anliegen ist, euch einfach nochmal Werkzeuge an die Hand zu geben, um an euch, mit euch, mit euren Themen zu arbeiten und euch damit zu helfen, in eure Kraft zu kommen, euer Licht strahlen zu lassen und die beste Version eurer selbst zu leben. Ich habe mir in diesem Orakel das Thema ausgesucht, welche Geschenke bringt ihr 2022. Ich dachte, wir schauen mal die positive Seite vom nächsten Jahr an und machen mal ein durchweg positives Orakel. Das ist längst überfällig und deswegen hier ist es. Ihr habt wie gehabt vier Stapel. Ihr habt Stapel 1, 2, 3 und 4. Wählt einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's! Wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deine Geschenke im nächsten Jahr. Du hast die Zehn der Stäbe. Du hast das fünfte Haus mit der Lebensfreude. Ich mache das, was mir am meisten Freude bereitet und bringe mich zum Ausdruck. Mach dein Herz auf. Erlaube der Liebe, überall um dich herum zu erblühen und zu wachsen. Du hast eine sehr lange Zeit auf diese emotional erfüllende Erfahrung gewartet. Jetzt ist der Moment gekommen. Triff deine Entscheidungen, indem du auf dein Herz fährst und dann die Schritte machst, zu denen du angeleitet wirst. Freude wird dich zu einem dynamischen und gesunden Leben führen. Also auch da haben wir wieder die Freude drin. Mit dem Strom. Rubelit, wenn man das so ausspricht. Jetzt kannst du es sehen. Leidenschaft und Bestimmung. Ihr Enthusiasmus gibt ihnen die Energie und Motivation, um an einem wichtigen Projekt zu arbeiten, das ihnen am Herzen liegt. Die Hummel mit der Entfaltung. Du erhältst neue Impulse. Unruhe und Aufbruchstimmung machen sich breit. Und stehe jetzt für deine Visionen ein. Die mutige Pfingstrose. Facettenreiche, einzigartige Natur. Zeige dich, wie du bist. Und die weiße Büffelkalbfrau mit der Friedensgabe. Wow. Sehr, sehr schöne Karten. Also das, was ich bei dir sofort reinbekomme, ist wirklich, ja, der, die zu sein, der du wirklich bist und damit wieder in deine Lebensfreude zu kommen. Und ich habe bei dir zwar schon drin liegen, dass sehr viel los ist und du sehr viel machst und du sehr aktiv auch bist. Aber, dass da irgendwie nicht mehr deine Freude und deine Erfüllung drin steckt. Und das Problem ist einfach, dass wenn wir ein Leben leben, dass wir nicht aus unserer Intuition heraus, aus unserer eigenen Wahrheit gewählt haben. Dann ist es halt oft so, dass sich unsere Zellen dagegen wehren, dass sich unser ganzer Körper einfach dagegen wehrt, weil wir etwas tun, was nicht unserem System entspricht. Und da spricht man ja beispielsweise auch vom Flow, wenn man in einen Zustand kommt, wo man einfach im Einklang mit der eigenen Seelenaufgabe, mit der eigenen Mission handelt. Wenn man dieser nachgeht, dann geht einem das leichter von der Hand. Dann ist jede Zelle einfach erfüllt mit Energie, mit Freude, macht das gerne. Und dann ist das eine ganz andere Art zu leben, mit viel, viel mehr Leichtigkeit. Auch das habe ich drin bei dir. Vielleicht bist du ein Stück weit auch mit dem Strom geschwommen, weil auch das habe ich bei dir drin, um den Frieden zu wahren. Weil auch da haben wir den Frieden mit drin. Und weil du gedacht hast, das wäre der einfachere Weg. Und es ist oft so, dass wir Entscheidungen aus dem Kopf heraus treffen, weil wir uns denken, das ist das Einfachste jetzt. Das ist erstmal der Weg des geringsten Widerstandes. Und dann einfach merken, dass wir nicht erfüllt sind, dass uns Kleinigkeiten extrem schwer fallen, extrem viel, dass uns das extrem viel Energie kostet. Weil man sich natürlich irgendwo in einen Anzug, in eine Rolle hineinpresst, die einem eigentlich nicht passt, die zur Lebenssituation nicht passt. Während das andere, was kommen möchte, was deine Visionen sind, deine Bestimmungen, die stehen ja alle an und warten darauf, dass sie Platz bekommen in deinem Leben. Und bei dir habe ich ganz, ganz stark das Thema, die Lebensfreude kommt zurück, erfüllende Erfahrungen. Du merkst, wie du mehr wieder in deinen Weg kommst. Du merkst vielleicht auch, vielleicht auch ein Überraschungsmoment, dass du Dinge angehst, wo du zuerst dachtest, das wird mega schwer werden. Und dann stellst du fest, dass dir das super leicht von der Hand geht, weil es einfach mehr im Einklang mit deiner Bestimmung ist, mit dem, warum du da bist. Weil du mehr Leidenschaft dazu hast, weil du dadurch auch viel mehr Motivation aufbringen kannst. Das ist ja das Nächste. Man muss sich ja nicht überreden oder zu etwas zwingen dann, wenn man etwas gerne macht. Das ist ja immer so diese Traumvorstellung, wo wir sagen, wir wachen morgens auf und wir gehen unserer Bestimmung nach und wir freuen uns auf den Tag. Und dem gegenüber steht halt das andere Extrem und das leben leider sehr, sehr viele, die montags aufstehen und sagen, oh Gott, bin ich froh, wenn Freitag ist. Und das ist ja wahnsinnig schade, weil damit wünscht man sich ja Lebenszeit weg. Wenn ich am Montag schon sehnsüchtig auf den Freitag schaue und sage, oh Gott, hoffentlich kommt er früh genug, dann mache ich ja nichts anderes, als mir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag weg zu wünschen. Weil mich eigentlich nur der Freitag interessiert, weil ich mich da wieder auf eine kleine Insel retten kann. Und bei dir habe ich wirklich so dieses Thema wieder, da kommt eine neue Idee rein, vielleicht ein neuer Job, kann auch sein, ein neues Projekt, wo du einfach wieder deine Leidenschaften reinfließen kannst. Wo du wieder merkst, dass es dir leicht von der Hand geht, wo du dich so zeigen kannst, wie du bist, weil auch das habe ich bei dir drin, wo du dich nicht verstellen musst. Weil auch das kostet wahnsinnig viel Energie, wenn wir ein Leben führen, in dem wir unsere Wahrheit nicht zum Ausdruck bringen können. Das kostet Kraft, das kostet Energie und das habe ich bei dir ganz stark drinnen. Hier hast du auch nochmal das Projekt drinnen, das dir am Herzen liegt. Vielleicht schwebt dir auch schon was vor und du weißt noch nicht so wirklich, wie du das angehen sollst. Vielleicht weißt du schon, was das ist und da liegen wirklich ganz viele Geschenke drin im Sinne von Erfüllung und Lebensfreude. Wieder das Gefühl zu haben, dass du nicht grundlos hier bist, dass das einen Sinn hat, warum du auf dieser Welt bist und dass das einen Sinn hat, was du hier machst. Und dass das der Allgemeinheit auch dient, was du hier machst, dass du einfach wieder merkst und feststellst, wie wichtig es ist, dass du da bist, wie wichtig es ist, dass du mit genau den Talenten, mit den Gaben, mit denen du ausgestattet bist, tätig wirst. Dass das einfach auch der Allgemeinheit jedem Menschen nutzt und dass du dadurch auch deine Einzigartigkeit wieder anerkennst und merkst, wie wichtig das ist im ganzen System, dass du der bist, der du gekommen bist zu sein. Kann auch sein, dass das ausgelöst wird, nicht durch ein Projekt oder einen neuen Job, sondern vielleicht durch einen Partner, der ins Leben kommt. Mag für den einen oder anderen auch zu treffen, weil ich habe hier wirklich auch die Liebe drin. Bei vielen mag das sein, dass wirklich die Liebe zum Leben zurückkommt, die Liebe zu dem, was man macht, die Liebe zum Alltag auch ein Stück weit, dass man einfach nicht immer auf die großen Momente im Leben wartet, sondern wirklich lernt, die kleinen zu lieben und zu schätzen. Weil man einfach das, was man tagtäglich tut und so wie der Tag gefüllt ist, dass man das einfach gerne macht und dass da Leidenschaft drin ist und dann ist natürlich die Energie, die du da reingibst in deinen Tag und mit der du ja deine Zukunft wieder erschaffst, eine ganz andere, als wenn du, ja, wenn du sagst, das will ich eigentlich gar nicht machen, ich bin froh, wenn ich das hinter mir habe und, oh Gott, in drei Wochen habe ich erst Urlaub und wie soll ich da hinkommen? Das ist ja, wenn du mit so einer Energie und mit so einer Einstellung durchs Leben gehst und das machen sehr, sehr viele und das machen wahrscheinlich alle mal in Stadien ihres Lebens, da muss man sich halt auch bewusst sein, dass du aus dieser Energie heraus immer wieder deine Zukunft erschaffst und daraus entsteht halt eine Spirale, aus der du schwer wieder rauskommst. Also ich habe bei dir wirklich, ja, ein Ereignis, eine Person, was das wirklich wieder auslöst, dass du wieder mehr in dich hineinkommst, wieder mehr erkennst, warum du da bist, raus aus dem Kopf, wieder rein in die Erfüllung, wieder rein in die Lebensfreude, ganz, ganz wichtig bei dir nächstes Jahr. Alles klar, meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen, wenn dem so wahr, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deine Geschenke im nächsten Jahr. Du hast die 10 der Schwerter, der Mondknoten mit der Lebensaufgabe, ich vertraue meiner inneren Stimme und erkenne dann durch meinen Lebensweg. 3 des Handelns. Die Dinge entwickeln sich prächtig. Jetzt, wo du am Ziel bist, ist es an der Zeit zu entscheiden, womit du dich als nächstes beschäftigen willst. Vielleicht möchtest du deine Erfolge weiter ausbauen oder dich einer völlig neuen Sache widmen. Sei bereit zu reisen, sofern dies nötig ist. Trautes Heim, auch sehr schön die Karte. Heimat nach Hause habe ich auch bei dir ganz stark. Ich werde nicht versuchen, das auszusprechen. Das sind mir zu viele Konsonanten in einer Reihe. Gehen Sie behutsam mit sich selbst um. Sie haben einiges durchgemacht und brauchen nun Zeit, um zu heilen und sich zu erholen. Der Habicht mit der Lebensenergie. Betrachte die Situation aus übergeordnetes Sicht. Viele Möglichkeiten eröffnen sich dir. Zögere nicht. Handle. Die innere Erde. Du wirst das überleben. Neue Lösungen und Anfänge. Wow. Und die Mutter, Gattin, Schwester, Tochter, die Lady Nada. Sehr, sehr schöne Karten. Also bei dir sehe ich eine ganz, ganz starke Veränderung im nächsten Jahr. Die Zehn der Schwerter steht immer für ein Ende von irgendetwas. Und zwar ein Ende, das vielleicht auch sehr überraschend kommt. Vielleicht ahnst du es schon. Aber das ist ein sehr... Das ist nicht unbedingt immer das Ende, das wir selber herbeiführen oder das wir sehen können. Sondern das ist wirklich auch oft das Universum, das eingreift und sagt, jetzt reicht's. Und jetzt ist Schluss mit dem, was du hier machst. Weil das tut nicht mehr gut. Das geht nicht mehr. Da ist in dieser Karte auch ganz viel Schmerz. So ein Ende kann immer erstmal auch mit einem Schock verbunden sein. Mit einem, okay, was ist jetzt? Aber ich habe bei dir wirklich so einen Eingriff von oben. Ganz, ganz stark. Du musst aus irgendwas hier raus, was auch immer das ist. Das kann für jeden was anderes sein. Weil du... Wie sage ich das denn jetzt? Ja, ein Stück weit deine Lebensaufgabe auf dich wartet. Du da ganz viel Energie auch verloren hast. Und deswegen ist das auch so, dass das Universum sagt, nee, das ist es nicht wert. Jetzt aus. Und ich sehe bei dir wirklich auch ein bisschen dieses Nachhausekommen, wieder in deine Energie kommen. Das kann auch wirklich sein, dass du im nächsten Jahr umziehst. Dass du ein Haus kaufst, in eine neue Wohnung. Dass du es dir zu Hause gemütlich machst. Dass du vielleicht den Job so wechselst, dass du von zu Hause aus viel arbeitest. Dass du wirklich dich in deiner Energie, von dem auch immer, was das war, was hier beendet wird, dich erholen kannst. Dass du dich wirklich, ja, ein bisschen zurückziehen kannst. Dich energetisch wieder aufladen kannst. Dass du wirklich wieder zu dir kommst. Für das ist das so, so wichtig. Dass du wieder, ja, dass du dir Zeit für Erholung gönnst. Zeit zum Heilen. Sie haben einiges durchgemacht und brauchen nun Zeit, ne? Auf dieser Karte. Das ist wirklich so dieses, sehe bei dir ganz viel Schmerz einfach. Ganz viel, es geht nicht mehr. Und hier möchte aber Lebensenergie zurückkommen. Das ist auch nicht dein Lebensweg. Das ist ja das Nächste. Du bist ja nicht da, um hier zu leiden oder so. Das kann manchmal im Rahmen von Karma schon so sein, dass man solche Situationen hat, die man einfach durchstehen muss, in Anführungszeichen. Meiner Meinung nach machen wir kollektiv gerade, arbeiten wir auch ganz, ganz viel Karma einfach ab. Aber das ist bei dir eigentlich gar nicht so. Sondern da ist irgendwie, ja, ich würde jetzt nicht das Wort verrannt nennen, aber ich habe es im Kopf, dieses Wort verrannt, verlaufen. Da wartet was ganz anderes auf dich. Das ist nicht dein Weg. Das ist nicht dein Weg. Und dann werden sich die Dinge auch wieder besser entwickeln. Und du kannst dich, ja, du kannst wieder deinen Erfolgsweg planen, deinen Lebensweg, deine Lebensaufgabe, der dir wieder Erfolg bringen wird. Du kannst dich wieder neuen Sachen widmen. Vielleicht steht auch eine Reise an bei dir, wo du sagst, okay, ich muss mich woanders aufladen. Ich muss vielleicht an einen Kraftort, kann auch sein, ja. Dass du wirklich alles nutzt, was dich energetisch einfach wieder nach Hause kommen lässt zu dir. Wieder in deine Energie kommen, in deine pure Energie. Denk mal zurück vielleicht, weil auch das Kind hier mit drauf ist, wie du als Kind gedacht hast über dein Leben. Was würde dein inneres Kind sagen, wenn es jetzt auf deinen Lebensweg blicken würde, auf das, was du gerade machst? Wäre es stolz? Wäre es traurig? Welchen Tipp würde es dir geben? Welche Ratschläge hätte es für dich? Das ist immer ganz spannend, da in den inneren Dialog einfach zu gehen. Weil es ist oft so, dass Kinder ja diese unendliche Neugier haben. Nichts für unmöglich halten. Und vielleicht hast du deine Träume, die du früher als Kind mal hattest, komplett aus den Augen verloren. Dann hast du dich einfach mit anderen Wegen, wo dir der Kopf gesagt hat, das ist viel besser für dich. Oder wo das Umfeld vielleicht gesagt hat, das ist besser für dich. Hast dich mit dem zufrieden gegeben und du merkst einfach, das passt nicht und das geht nicht mehr. Und das muss jetzt auch weg bei dir. Damit du wieder in deine Kraft, in deine Energie, in deine Lebensaufgabe kommen kannst. Schau mal, da bricht ein neuer Tag an bei dir. Da wartet ein neues Leben auf dich. Das ist wirklich ein ganz, ganz krasser Neuanfang bei dir, der hier drin liegt. Und es ist so wichtig, dass du gut zu dir bist. Du hast hier nochmal die Lady Nada drin, dass dich selber bemutern, auf deine Bedürfnisse achten, wieder zu dir kommen. Vielleicht hast du auch ein Stück weit deine Bedürfnisse in der letzten Zeit oder in dieser Situation. Es kann Job sein, Beziehung, was auch immer. Vernachlässigt, nicht mehr gesehen, dass du das einfach wieder lernst, auf das zu hören. Was sind denn meine Bedürfnisse? Was ist mir denn wichtig im Leben? Weil das ist auch oft so, wenn wir das verlieren, dann wissen wir oft gar nicht mehr, wer wir eigentlich sind. Also auch das habe ich bei dir so eine neue Form der Identität wiederentwickeln von dir selber. Vielleicht hast du dich mit irgendeiner Rolle einfach zu sehr identifiziert in deinem Leben und das bist nicht du. Und du merkst, das passt nicht, aber du siehst irgendwie keinen Ausweg. Und es ist oft so, dass wenn wir in was drinstecken, was uns nicht gut tut, dass wir ein bisschen so in einer Art Starre sind, nichts verändern. Weil oft halt auch das bekannte Übel besser ist, als das Übel, das wir noch nicht kennen, aus Angst dann zu handeln, dass es vielleicht noch schlimmer wird. Und bei dir habe ich wirklich diese ganz, ganz starke Befreiung. Also da ist echt ganz starke Erzengel-Michael-Energie auch. Vielleicht magst du mit ihm ein bisschen arbeiten, dass er hier wirklich dir dabei hilft, energetisch auch da alles abzutrennen, damit du wirklich in deine Lebensaufgabe rein kannst, damit du frei sein kannst. Weil das ist das größte Geschenk, was auf dich wartet. Das ist im Endeffekt ein neues Leben, wenn man so haben will. Das ist ein Leben, das sich wieder so anfühlt, wie wenn es dein Leben wäre. Du wirst das alles überleben. Vielleicht bist du auch gerade ein bisschen verzweifelt und du weißt nicht, wie es weitergeht. Aber das werden neue Anfänge werden und du wirst überrascht sein, wie viel besser das einfach auch wieder zu dir passen wird, wie viel besser es dir wieder gehen wird. Weil du einfach energetisch, das geht hier nicht mehr. Das geht halt einfach nicht mehr. Und das habe ich ganz, ganz stark wieder echt zu dir kommen. Viele Möglichkeiten eröffnen sich dir. Also, wow. Nach Hause kommen zu dir selber wieder. Wieder sich zu Hause fühlen bei dir selbst. Dir selber nicht mehr fremd sein. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du hier irgendeine Rolle lebst, wo du sagst, ich habe mich selber komplett verloren, ich weiß nicht mehr mehr, wer ich bin. Ich mache und sage und denke Sachen, die ich überhaupt nicht mit mir in Einklang bringen kann. Auch das habe ich bei dir ein Stück weit drin. Also hier wartet wirklich ein neues Leben auf dich, eine neue Lebensaufgabe. Und das ist ein Weg dahin, das ist eine Reise dahin und das ist eine Reise zu dir selber vor allem wieder. Und da wirst du dich wieder viel mehr zu Hause fühlen, auch in dieser Welt zu Hause, in dir selber. Dich wieder viel mehr erkennen können in diesem Weg und in diesen Möglichkeiten. Und dich auch damit wieder viel mehr identifizieren können. Sei gut zu dir selber, damit du da wirklich gut in diesem neuen Weg ankommst. Bemutter dich selber. Sei gut zu dir selbst. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn ihr ihm so wahr, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin. Alles Liebe. Tschüss. 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 So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die diesen Glitzerstein gewählt haben. Wir schauen in deine Geschenke vom nächsten Jahr. Du hast den Teufel. Nicht erschrecken, ich mag den echt ganz gerne. Dann die Sonne. Ich weiß, wer ich bin und was ich will. Zehn des Handelns. Du arbeitest zu viel. Die Engel bitten dich, ein gesundes Gleichgewicht zu finden zwischen deinem Beruf und deinem Privatleben. Sei bereit, anderem Hilfe zu bitten, um deine Last zu reduzieren, damit du dich besser um dein eigenes Wohlergehen kümmern kannst. Das ständige Bemühen, andere glücklich zu machen, kann deiner Gesundheit schaden. Gesegnet. Wow. Der arme Tränen, männliche und weibliche Energie im Einklang, lassen sie sich von ihrer weiblichen Seite inspirieren und von ihrer männlichen Seite Selbstvertrauen schenken. Der High mit der Initiation. Die Zeit ist reif, eine Prüfung steht bevor. Du kannst sie meistern und über dich hinaus wachsen. Führend, nicht folgen. Ebene einen neuen Weg. Sei du selbst der Führer, nachdem du dich sehnst. Und die Beharrlichkeit. Sehr gut. Also, bei dir ist ganz, ganz viel los im nächsten Jahr. Auf dich wartet tatsächlich sowas wie eine Prüfung, die dich aber sehr stark weiterbringen wird. Das ist wie eine Prüfung, wie sage ich denn, ja, wo du wieder realisierst, was du eigentlich willst in diesem Leben und was dir eigentlich wichtig ist und dass du für das wieder einstehst und vorausgehst. Und ich habe bei dir ein bisschen, vielleicht hast du dich ein Stück weit im Handeln verloren, in der männlichen Energie, im Aktivsein und ich habe bei dir diesen Einklang auch wieder von männlich-weiblich und dadurch, dass du da wieder mehr in die Balance kommst, wieder mehr Wachstum, ja. Ich habe bei dir ganz stark das Solar Plexus Chakra, das dich wieder in deine Kraft bringt, wieder in deine eigene, wie sage ich denn, Führerschaft, weil auch das habe ich bei dir vielleicht, bist du zu viel gefolgt und hast dich aus Angst oder was weiß auch immer, ja, weil es vielleicht bequemer ist oder einfacher ist erstmal, bist eher anderen gefolgt und hast halt das gemacht, was dir von außen so vorgelebt oder gegeben wurde. Und ich habe aber bei dir ganz stark Tränen, nee, 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 du sollst hier nicht folgen, du sollst führen, du sollst in die Führung kommen. Und da warten tatsächlich auch deine Geschenke auf dich, dass du wirklich in deine Kraft kommst, weil das ist auch ganz stark der Solar Plexus, deine persönliche Macht anerkennst. Und das ist auch vielleicht, hast du da ein bisschen Angst vor deiner eigenen Macht, vor deinem eigenen Einfluss, weil auch der Teufel hier drin liegt, dass du, ja, ein bisschen Angst vor deiner eigenen Größe hast und dich deswegen eher so im kleinen Doing verlierst und eher anderen folgst und dich ein bisschen ablenkst davon, dass es eigentlich an der Zeit ist, jetzt zu wachsen und in deine Macht, in deine Kraft hineinzuwachsen, damit du jetzt in die Führung gehen kannst. Und da warten tatsächlich die Geschenke auf dich. Also ich habe bei dir wirklich so ein bisschen dieses Gefühl von, du stehst auf und du gehst voran und es ist egal, ob wer neben dir steht oder hinter dir oder wer auch immer. Du gehst einfach mal los und machst einen Schritt nach dem anderen mit Beharrlichkeit. Du musst kein großes Bild im Auge haben. Du musst keine große Vision haben. Das ist immer das, wo wir oft sagen, viele bleiben stehen, weil sie nicht wissen, was das große Bild am Ende des Tages ist, was sie erschaffen. Das Problem ist aber, und das ist auch das Problem mit vielen Vision Boards und solchen Sachen, dass du dir ja nur das vorstellen kannst, was dein Geist, dein Verstand jetzt in dem Moment greifen kann. Und jetzt überleg mal zurück zehn Jahre, hätte dein Ich vor zehn Jahren dir das Leben, das du jetzt für das Sohofen Vision Board zeichnen können oder dir es sich so ausmalen können. Das geht in der Regel nicht, weil unser Verstand, unsere mentale Power mitwächst mit uns, mit jedem Schritt, dem wir gehen. Wir wachsen ja ständig, wir entwickeln uns weiter und dadurch öffnet sich auch mehr Raum in dem, was möglich ist für uns. Das heißt, wir können das oft noch gar nicht greifen, was das Beste für uns ist in zwei, drei, vier Jahren, weil wir das natürlich mit dem Verstand von heute machen, der halt nur das kennt, was wir jetzt gerade haben. Und deswegen ist es einfach so wichtig, immer zu überlegen, was ist der nächstbeste Schritt jetzt? Was kann ich jetzt machen? Und die gleiche Frage stellst du dir morgen wieder und übermorgen wieder und überübermorgen wieder und das machst du jeden Tag. Da bist du beharrlich und diszipliniert und bleibst dran. Und dann schaust du dir in fünf Jahren an, was du dadurch erreicht hast. Das ist viel produktiver, als nicht loszugehen und nichts zu machen, weil dir die große Vision fehlt. Das ist einfach oft dieses Problem, dass wir die große Vision von uns selber überhaupt nicht greifen können. Und wie viele Menschen träumen in ihrer Jugend von, ja, davon das und das zu werden, aber die können das nicht greifen, weil die nicht verstehen, was mit dem alles zusammenhängt. Die können sich selber in dieser Position überhaupt nicht visualisieren, weil die nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ja, wir kopieren ja oft von anderen Visionen, wo wir denken, die könnte zu uns passen, aber tatsächlich haben wir keine Ahnung davon, solange wir es nicht gelebt haben, eine Zeit. Und das habe ich ein Stück weit so, dieses nimm deine Macht an, nimm deine Kraft an. Und dann, dieses Aktive, was du hier machst, das ist gut, da steckt eine Menge Power und Schöpferkraft bei dir. Wichtig ist nur, dass du diese weibliche Seite, dieses dann auch loslassen können, dich auch zu regenerieren und aus dem Tun ins Sein immer wieder zu kommen, weil das ist das, was das Weibliche ist, zu sein, das zu sein, was du sein möchtest. Schau dir auch da gerne auf meinem Zweitkanal die Power des Manifestierens an, da gehe ich nochmal auf das ein, wie wir einfach aus der Weiblichkeit heraus auch manifestieren können, indem wir das jetzt schon sind, was wir in Zukunft sein wollen. Und das fällt uns oft leichter, weil es ist viel einfacher, dir jetzt das Gefühl von Glück und Frieden zu holen und Reichtum, weil man sich das vorstellen kann, dieses Gefühl, und das wird sich multiplizieren damit. Das heißt, du stellst dein inneren Radio auf diese Frequenz ein. Und damit erschaffst du automatisch immer wieder Situationen in deinem Leben, die diese Frequenz widerspiegeln. Und das ist viel einfacher, wenn du diese Art der Manifestation nutzt, als wenn du dich auf einen großen Traum, auf eine große Vision vorbereitest, wo das Universum vielleicht schon sagt, oh nee, das ist gar nichts für dich, wir haben was ganz anderes. Aber wenn du deinen Fokus da natürlich so eng stellst, auf ein positives, also ein mögliches Ergebnis, dann siehst du natürlich alles andere nicht, was sich dir bieten würde, was dir viel besser tun würde, als das, wo du denkst, dass es dich glücklich machen wird. Oh Gott, ich hoffe, das macht jetzt Sinn für euch. Also hier gehen die Führungen, ja. Hab keine Angst vor deiner Macht, nimm deine Macht an. Ich habe auch das Gefühl bei dir, dass du wirklich so eine natürliche Autorität auch hast in deiner Energie, die dein Umfeld wahrnimmt, wo du manchmal merkst, dein Umfeld spiegelt dir das wieder, aber trotzdem machst du dich ein bisschen klein und ordnest dich lieber in Reihe und Glied in der Normalität ein, als zu schauen, was du mit dieser Energie so anstellen kannst in diesem Leben. Ich hoffe, das macht Sinn, weil da warten tatsächlich die Geschenke auf dich, dass du hier wirklich in deine Kraft kommst, in deine Sonnenkraft, in deine innere Stärke, deine persönliche Macht annimmst und sagst, so, ich habe jetzt keine Angst mehr vor meiner Macht, sondern ich schaue jetzt einfach mal, ich tausche die Angst in Neugierde und ich schaue jetzt einfach mal, was dahinter steckt und was mit dieser Macht und Kraft, die ich natürlich im Energiefeld habe, bis der nicht umsonst so ausgestattet worden in diesem Leben, was ich damit machen kann und was ich damit erreichen kann und wo mich das hinführt, ja. Und wenn man dem Ganzen mit Neugierde begegnet und mit offenen Fragen, dann ist es oft so, dass das Leben einfach oder das Universum bemüht ist, Antworten zu liefern und die kommen dann oft auch relativ schnell. und das ist dann auch oft so, dass wir Bestärkungen in Form von Belohnungen und kleinen Segnungen auf dem Weg, Synchronicitäten einfach begegnen, die uns zeigen, so, ja genau, hier lang, hier geht es lang, ja. Also sehr, sehr schöne Karten, alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn ihr ihm so war, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deine Geschenke im kommenden Jahr. Du hast die Sieben der Stäbe. Du hast den Uranus mit Inspiration. Ich freue mich auf alle Veränderungen und gestalte aktiv meine Zukunft. Die Sechs der Fülle. Der Himmel öffnet seine liebevollen Arme und schüttet seine reiche Fülle über dir aus. Ein unerwartetes Geschenk ist auf dem Weg zu dir. Nimm es in Dankbarkeit und Bescheidenheit an, in dem Wissen, dass du eine Gelegenheit haben wirst, in Zukunft anderen etwas zu geben. Denke darüber nach, eventuell ehrenamtlich für eine Wohltätigkeitsorganisation tätig zu werden. In Reihe und Glied Der Bernstein. Überlassen Sie es Gott. Atmen Sie tief ein und beim Ausatmen überlassen Sie es Gott, die Situation zu klären und eine Lösung zu finden. Die Regenbogenforelle. Spektrum der Gefühle. Das Leben ist schillernd und bunt. Unerwartete Begegnungen und Gewinne kündigen sich an. Der Puls des Lebens. Puls der Mutter Erde. Entschleunigung. Zeit in der Natur. Gesundheit und Heilung. Wow, also du hast ja wirklich alles drin. Du hast ja von den Finanzen über die Gefühle bis hin zur Heilung hast du ja wirklich alles drin. Ich habe bei dir mit der Karte Reihe und Glied hatte ich so diesen Spruch im Kopf Erste Arbeit, dann das Vergnügen. Und jetzt hast du die Arbeit gemacht. Jetzt kommt das Vergnügen im nächsten Jahr. Ich habe bei dir tatsächlich also ich meine sehr sehr ja sticht sehr heraus dass es bei dir einfach um den Gewinn geht. In welcher Art auch immer. Also ich habe schon ganz ganz stark die Tendenz in Richtung materieller Gewinn. Vielleicht kommt da irgendwas wo du sagst da könnte was kommen aus einer Richtung dass du schon ein bisschen damit rechnest. Vielleicht kommt das aber auch völlig unerwartet dass da auf einmal ja dass du belohnt wirst für das was du vorher geleistet hast. Weil die Arbeit habe ich bei dir auch drinnen. Also dieses sich abrackern und an 100 Projekten gleichzeitig und immer vorne mit dabei zu sein und 150% zu geben. Und jetzt kommt so ein bisschen die macht die Energie so das bisschen sich zurücklehnen. ja und sich auf die Veränderungen freuen die Zukunft anders zu gestalten vielleicht auch ein bisschen angenehmer zu gestalten mit dieser Fülle die da reinkommt. Ich habe auch sehr mal Bescheidenheit drin witzige ich habe auch das Thema das Zurückgeben aber Zurückgeben in einer anderen Form wenn das Sinn macht für dich. Also ich habe das Thema vielleicht hast du die Möglichkeit dich irgendwie ja in einem Projekt zu tätig zu werden das dir am Herzen liegt in einem Wohltätigkeitsprojekt in irgendwas wo du sagst hey ich wollte schon immer mal zurückgeben und ich wollte schon immer mal helfen weil ich habe bei dir auch dieses Gefühl von das wird dir so gut tun und da wäre nochmal so viel Erfüllung auch drin so viel emotionale Erfüllung für dich und so viel Entschleunigung und dich einfach mal wieder Dingen zu widmen wo du einfach nur genießen kannst und wo du einfach nur geben kannst und dadurch einfach auch in in die Freude kommst in die Erfüllung kommst ich habe auch das Thema Heilung bei dir drin also es kann auch sein dass bei dir wirklich im körperlichen Bereich eine Heilung ansteht dass du vielleicht da ein paar Kämpfe hattest in der Vergangenheit dass da was einfach nicht gepasst hat was jetzt in die Heilung gehen darf du kommst wieder in die Gesundheit wieder in die Balance bei dir ganz ganz stark ganz viel grüne Mutter Erde Energie Zeit in der Natur dich wieder aufzuladen der Körper braucht das auch in der Heilungsphase in der Regeneration um wieder ins volle Gleichgewicht zu kommen vielleicht hast du auch die ein oder andere Situation es kann auch gut sein dass das wirklich zusammenhängt wo du sagst oh Gott ich weiß hier wirklich nicht weiter oder wie das weitergehen soll dann ist hier wirklich drin lehne dich zurück ja nimm das jetzt mal an was da kommt im nächsten Jahr lass dir hier unerwartete Begegnungen auch das kann auch sein dass der ein oder andere Mensch auf dich zukommt der dir einfach weiterhilft der dir eine Hand reicht der dir da einfach eine neue Möglichkeit eröffnet und das ist ja auch ganz oft so dass wenn wir das Gefühl haben oh Gott ich bin hier in Dauerschleife irgendwo drin und ich komme hier irgendwo nicht raus dass es oft so ist dass dann Menschen geschickt werden oder Menschen uns begegnen die uns plötzlich helfen die uns vielleicht aus einem früheren Leben noch was schulden und die auf einmal da sind dir eine Hand reichen und dich hochheben auf ein ganz neues Level und du dann auf einem ganz anderen Level weitermachen kannst nicht mehr in diesem Doing in dieser Geschwindigkeit in diesem 100 Projekten sondern dich wieder mehr zurücklehnen kannst wo du wieder mehr das Gefühl hast das fließt jetzt zurück zu mir diese Arbeit diese Energie die ich da reingesteckt habe da kommt so dieser Rückfluss jetzt zurück und das bringt dich einfach auf jeder Ebene also sowohl emotional als auch gesundheitlich oder physisch wieder viel viel mehr in Balance das ist ja auch so dass wenn der Körper wieder ja wenn es dir körperlich wieder besser geht das ist generell so das muss keine Krankheit sein das kann ja auch sein dass du ja dass das einfach viel Kraft gekostet hast und wenn der Körper wieder mehr in Energie kommt wieder mehr in Balance kommt sich wieder ganz anders regenerieren kann weil er die Zeit dazu hat und nicht mehr im Notbetrieb arbeiten muss dann ist das ja auch so also ich sehe das ganz oft bei mir auch dass ich dann wieder viel mehr ja emotional stabiler bin dass ich wieder viel mehr zur Ruhe komme dass ich nicht mehr das Gefühl habe ich bin auf einem galoppierenden Pferd und muss von dem aus Dinge erledigen wo ich eigentlich absteigen müsste für aber es geht nicht und einfach so eine ich habe auch vielleicht so ein Thema von innerer Nervosität das ich hier lösen darf dass du wirklich wieder in die Ruhe in die Entspannung kommst und in den Fluss und vor allem in den Zustand wo du deine Intuition wieder wahrnehmen kannst wo du wieder wahrnehmen kannst was für dich jetzt wichtig ist was für dich richtig ist und was du möchtest was du dir wünschst weil das ist halt auch oft was wenn wir so im Doing sind und unsere Hormone einfach im Stresslevel sind und nicht runterkommen dann ist es halt so dass das oft sehr sehr viel von dem blockiert dass wir einfach unsere Intuition nicht wahrnehmen können da gibt es übrigens bald auch ein Video auf meinem Zweitkanal zum Thema Intuition dass wir einfach ja gar nicht wissen was jetzt der nächstbeste Schritt ist weil wir so aufgedreht sind man kennt es ja auch bei Kindern dass wir überhaupt keinen Zugang haben zu höheren Energien oder höheren Botschaften und deswegen hier ganz ganz wichtig ja wieder in die Ruhe zu kommen und aus der Ruhe heraus wieder deine Zukunft aktiv zu planen zu gestalten und wie gesagt auf dich wartet hier ein Gewinn der dir das ermöglichen wird der dir das ermöglichen wird dass du dich mal wieder zurückziehen kannst und dass das ja wieder eins nach dem anderen habe ich bei Reih und Glied eins nach dem anderen und nicht mehr alles gleichzeitig ja das ist der große Unterschied zwischen dieser Karte und dieser Karte ist hier wirklich ja du musst es mir alles auf einmal erledigen sondern es geht wieder in die Ruhe und du hast auch wieder die Möglichkeiten und die Ressourcen dafür um wieder Dinge zu tun die dir wirklich Spaß machen in deinem Tempo in deiner Geschwindigkeit so wie du es möchtest ja alles klar meine Lieben ich hoffe das Orakel hat euch gefallen wenn dem so war lasst mir gerne einen Daumen hoch da vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und ich freue mich wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bis dahin alles Liebe Tschüss